Miro bietet viele visuelle Werkzeuge für die Zusammenarbeit, während Notion die perfekte Plattform für Organisation und Verwaltung von Inhalten ist. Wenn Du Miro in Notion integrierst, kannst Du Deine Ideen visuell in Miro erfassen und sie dann in Notion ordnen und verwalten. Bevor jedoch Miro in Notion angezeigt werden kann, muss das entsprechende Miro-Board für Gäste freigegeben werden. Dabei kannst Du entscheiden, ob die Betrachterinnen nur lesen, kommentieren oder einen Vollzugriff erhalten. Den Board-Link kannst Du mit einem Klick auf den blauen Button kopieren, denn den Link brauchst Du gleich für Notion. Zusätzlich kannst Du noch eine Startansicht bestimmen. Das ist die Ansicht, die diejenigen zu Gesicht bekommen, die das Miro-Board zum ersten Mal öffnen. Zurück in Notion gibst Du einfach Slash Miro auf einer beliebigen Seite ein. Es erscheint ein Dialog, in dem Du den Board-Link von vorhin einfügen kannst. Nach dem Klick auf Miro einbetten, wird das Miro-Board geladen. Aus Performance-Gründen wird nicht das Board direkt angezeigt, sondern Du musst nur ein Button betätigen, bevor sämtlicher Inhalt geladen wird. Und das war's auch schon. Nutzt Du auch Miro zusammen mit Notion? Schreib doch Deine Erfahrung in die Kommentare. Eine detaillierte Anleitung findest Du auch in dem Guide auf meiner Webseite. Wenn Dir das Video gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal und lass ein Gefällt mir da. was das Video gefallen hat... ... ... Vielen Dank.